Hallo zusammen, in diesem Video möchten wir uns Makrofotografie widmen. So wie man den Einstieg machen kann, was wichtig ist und auf was man grundsätzlich schauen muss. Makrofotografie ist eigentlich ein ganz schönes Thema oder ein Bereich von Fotografie, die sich um Detail handelt, also Blumenfotografie, Insektenfotografie, Strukturen, Kleinstlebewesen, also alles, was so ein Detail in die Nähe geht, ist eigentlich so unter der Makrofotografie vereint. Und das Schöne daran an diesem Bereich Fotografie, man muss nicht weiter reisen. Man kann auf den Balkon gehen, man kann in den Garten raus, man kann in den nächsten Wald raus und man findet immer Motive, was spannend zu sein. Und da kann man wirklich so eintauchen und man muss nicht grosse Reise unternehmen. Makrofotografie ist eigentlich ein Begriff, wo viele nicht so den Zugang haben im Sinne ihrer Ausrüstung. Wenn ihr eine normale Kamera habt, eine Systemkamera mit einem Standardobjektiv, ein 18-55er, dann habt ihr eine bestimmte Neustellgrenze. Die ist vielleicht 28 cm, vielleicht 40, vielleicht 50 cm. Das heisst, ihr kommt von der Sensorebene her 50 cm euer Motiv her, aber nicht näher. Das ist die sogenannte Naheinstellgrenze. Wenn ihr jetzt im Makrobereich hinein wolltet, müsstet ihr euch grundlegend ein sogenanntes Makroobjektiv posten. Und die Makroobjektive sind auch bezeichnet als Makroobjektive. Nikon hat eine Ausnahme, die sagen eher Makroobjektive Mikroobjektive. Das bedeutet aber eigentlich genau das Gleiche. Und da habe ich jetzt das von der Sony, das 90 mm Makro. Und mit dem könnt ihr eigentlich ganz normal arbeiten. Es ist eigentlich ein Teleobjektiv, wo ihr auf unendlichen Landschaften fotografieren könnt. Ihr könnt Portrait auch fotografieren. Aber, und das ist jetzt der grosse Unterschied zu allen anderen Standardobjektiven, ihr habt eine Neustellgrenze von 1 zu 1. Das heisst, ein cm grosse Fliegen könnt ihr nachher so fotografieren, dass die auf dem Sensor nachher auch ein cm gross abgebildet ist. Also eine sogenannte lebende Abbildung. Und das heisst, ihr könnt mit diesen Makroobjektiven von unendlich bis auf 1 zu 1 runter fokussieren. Ohne Zubehör. Und das ist der grosse Vorteil des Makro-, sprich Mikroobjektiven der Nikon. Von unendlich bis 1 zu 1. Und jetzt habt ihr eigentlich fast in jedem System drei verschiedene Typen von Makroobjektiven. Es gibt so diesen Bereich um ein 50 mm Makro. Das heisst, da habt ihr so einen 49 Grad Bildwinkel. Und könnt auch dort von unendlich wieder bis auf 1 zu 1 her fokussieren. Auf ein Motiv. Und dann gibt es die zweite Kategorie oder eine zweite Gruppierung. Das ist so um 100 mm Makrosumme. Also das heisst, ein 100 mm Makro hat einen doppelt so engen Bildwinkel wie das 50er Makro. Das heisst, ihr könnt einen engen Winkel fotografieren. Hat aber auch den Vorteil, dass ihr den Hintergrund besser auflösen könnt, weil der Bildwinkel ist enger. Das 100 mm Makro. Und dann gibt es noch eine dritte Kategorie von Makro-Linsen oder eine Gruppierung. Das sind die 180er 200 mm Makros. Also die haben nochmals so einen doppelt engen Bildwinkel. Das hat jetzt 100 mm Makro. Dann könnt ihr den Hintergrund nochmals schöner auflösen. Aber die Dinger sind halt ja dementsprechend grösser und auch schwerer. Also das ist wieder ein kleiner Nachteil. Jetzt, was aber der grösste Unterschied ausmacht zwischen den drei Gruppen, ein 50 mm, 100 mm, 180, 200 mm Makro, ist die Arbeitsdistanz. Also die Distanz von euch zu eurem Motiv. Das 50 mm Makro, das müsst ihr immer relativ nahe her. Um die 20 cm. Also das heisst, wenn ihr relativ nahe her müsst an einem Schmetterling, müsst ihr auch das Glück haben, dass ihr an einen relativ pebbigen Typus Schmetterling hergeraten seid, welches euch erträgt, so nahe bei sich zu haben. Ein anderes Problem, wenn ihr zu nahe her müsst, ist der Schatten, den ihr euch selber macht, je nach Sonnenstand, je nach Motivlage, macht ihr euch selber Schatten, wenn ihr zu nahe her müsst. Das 50 mm Makro habe ich auch im Gepäck, aber ich brauche es relativ wenig für Makrofotografie, ich brauche es mehr für Portrait- und Landschaftsfotografie. Ist ein wenig absurd, aber so funktioniert es bei mir. Das 100 mm Makro hat gegenüber einem 50er den Vorteil, dass ihr etwas grössere Arbeitsdistanz habt. Die Seite müsste weniger nahe her, plus minus um die 30 cm. Also das heisst, ihr müsst schon nicht so nahe auf eure Motiv sitzen, und ihr habt auch den besseren Vorteil, wenn es darum geht, dass ihr keinen eigenen Schattenwurf auf das Motiv macht. Das 100 mm Makro brauche ich hauptsächlich für Landschaften, für Portrait, aber hin und da auch für den Nahbereich. Ich bin so ein pathogenes Makrofotograf, und da arbeite ich sehr viel im Makrobereich. Und da brauche ich hauptsächlich das 180 mm oder 200 mm Makro. Das sind so riesige Brettscher, wie hier das Sigma, das ist der grösste Brocken, 1,5 kg schwer, Blende 2,8, durchgängig, finde ich den Hammer. Aber es hat natürlich den Nachteil, dass es 86 mm Frontlinsendurchmesser ist. Also die Filter, die ihr brauchen möchtet, müssen 86 mm breit sein im Durchmesser. Nicht ganz klein und auch nicht ganz billig. Aber die 180 mm, 200 mm Makro haben einen riesen Vorteil. Ihr habt die grössere Arbeitsdistanz, also ihr könnt so ab 40 cm plus minus, könnt ihr 1 zu 1 Format füllend fotografieren. Das heisst, das Viechchen kommt noch nicht gleich davon, und ohne Blüte müsst ihr nicht so nahe hin, dass ihr noch selber Schatten macht. Und der Vorteil bei den länger brennweitigen Makros ist, dass ihr den Hintergrund noch mal viel schöner auflösen könnt, weil der Bildwinkel noch mal enger ist und die Schärfentiefe noch mal geringer ist. Also wenn ihr vorhabt, hauptsächlich nur im Nahbereich zu arbeiten, also wirklich Makrofotografie, würde ich empfehlen, eine langfristige euch einen dickeren Brummer anzuschaffen, die ihr einfach mit grösserer Arbeitsdistanz und schöneren Hintergrundauflösung schaffen könnt. Ein anderer Vorteil der 180 mm und 200 mm Makros ist, die haben eine Stativschelle. Das heisst, ihr könnt bequem hier die Schraube lösen und könnt dann das ganze Objektiv von Querformat auf das Hochformat drehen, ohne dass ihr den ganzen Stativkopf kippen müsst. Das ist für mich auch noch ein schöner Vorteil von den länger brennweitigen Makroobjektiven. Das wäre also die Grundausrüstung, Makroobjektive. Beim praktischen Arbeiten arbeite ich höchst selten mit Autofokus. Ich fokussiere immer manuell. Ihr müsst euch vorstellen, wenn ihr jetzt so ein Schmetterling in einem Grässermeer habt, und der Wind ist noch drinnen, oder? Und die Grässer schwingen so schön hin und her, oder? Und der Autofokus müsste jetzt zwischen diesen Gräschen die Schärfe auf das Schmetterling legen. Das ist fast ein Ding der Möglichkeit, weil es geratet noch immer wieder ein Grässchen rein, dann stellt der Autofokus wieder auf das Grässchen ein, geht mit der Schärfe weg vom Schmetterling und die nerven nicht nur. Ich arbeite konsequent mit den Makroobjektiven im Makrobereich mit manueller Fokussierung. Und das hat sich bis jetzt absolut bewährt. Ihr seid ein wenig längsamer, aber ihr könnt die Schärfe viel präziser setzen. Und meistens sind die Makromotive nicht so volatil. Also man hat manchmal gute Zeit, die Schärfe sauber zu setzen, mit Hilfe vom Fokuspeaking oder mit Hilfe der Fokusvergrösserung. Geht das eigentlich wunderbar. Das ist ein ganz wichtiger Punkt in der Makrofotografie. Und dann habt ihr noch der andere Punkt. Ihr habt eigentlich geringe Schärfentäufe. Also wenn ihr auf 1 zu 1 am Motiv nahe dran seid, dann habt ihr a ein Teller, also einen engen Bildwinkel, b eine offene Blende und dann seid ihr nahe dran, dann habt ihr wirklich eine hochdünne Schärfentäufe. Mit dieser kann man wunderbar arbeiten, mit dieser kann man gestalterisch arbeiten. Aber wenn ihr natürlich ein wenig mehr Schärfentäufe wollt, dann kommt ihr Langfrischung nicht darum herum mit dem Fokus-Stacking zu arbeiten. Also quasi Schärfenverlagerungen zu machen über Einzelbilder, um diese zu fotografieren und dann die Einzelbilder miteinander zu verrechnen. Aber das ist dann ein weiterer Schritt, den wir dann später mal anschauen werden. In einem nächsten Makrovideo zeigen wir euch das wichtigste Zubehör, das essenziell ist, für eine gute Makrofotografie zu betreiben. Ja, ich sage Ihnen, 南 und h 나와 ité